Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Normal Vegan, heute mit Gans und mit Taube und mit Ann-Kathrin und Bernd vom Podcast Ruhe Leben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr heute zu erzählen habt. Und eine Sache können wir an dieser Stelle schon sagen, Bernd war schon mal da. Also wenn ihr jetzt denkt, das eine Gesicht, das kennen wir hier schon aus dem Podcast, dann ist es Bernd, aus Folge 28, unfassbar lange her. Ich bin gespannt, was sich alles verändert hat. Und Ann-Kathrin, du bist das erste Mal hier, von daher starten wir bei dir mit dem Fragebogen. Aber erstmal kann ich nochmal sagen, ich bin direkt ein bisschen aufgeregt, weil ihr seid solche Profis. Und es ist so eine Freude, dass ihr heute hier seid mit all dem, was ihr zu erzählen habt. Und ihr habt einiges auf die Beine gestellt, das können wir an dieser Stelle auf alle Fälle schon sagen. Und es ist natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen, wie die Taube halt einfach mitspielt. Aber auch die Geschichte wirst du uns sicherlich gleich erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr heute dabei sein darf. Erst nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke, danke. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Mega aufgeregt übrigens auch. Ja, jetzt sind wir am Beifahrersitz heute mal. Und das ist so entspannt. Wir können einfach nur da sitzen, wir plaudern ein bisschen. Und schön, dass ich nochmal jetzt wieder da sein darf. Mega cool, du warst ja echt ganz zu Beginn dabei. 28 hast du gesagt. Folge 28, genau. Wir haben gerade extra nochmal nachgeschaut. Also das ist schon, wir werden es in den Shownotes nochmal verlinken. Aber wie gesagt, Bernd, du darfst natürlich gleich den Fragebogen, du darfst natürlich ergänzen, wenn sich bei dir etwas verändert hat. Zumindest beim Alter bin ich mir ziemlich sicher, hat sich was getan. Aber minimal. Beim Aussehen ja nicht. Du siehst noch immer so jugendlich aus wie immer, oder? Ja, so wollten wir es hören. Ja, ja. Du, Carsten, auch du natürlich. Ja, ja. Kein Härchen grauer. Man sieht, das ist die vegane Ernährung. Muss das sein. Ja. Tipptopp. Gut, wenn ich Haare hätte. Schau dir mal so eine glatte Haut an. Wenn ich Haare hätte. Ja gut. So, jetzt reden wir nicht mehr über die Filter, die wir hier eingestellt haben, sondern wir reden über das pure Leben. Wo finden wir euch? Und das ist nämlich schon das Erste, wo ich die große Freude dran habe, denn ihr seid jetzt aktuell, glaube ich, gerade nicht in Deutschland. Richtig. Wir klingen zwar deutsch und kommen beide aus Deutschland. Überraschung. Aber unser Verein sitzt tatsächlich in Hodenems, im schönen Vorarlberg, in der Nähe vom Bodensee, also in Österreich. Wo ihr auch beide lebt, oder? Richtig. Also in Vorarlberg zumindest, aber in anderen Städten. Richtig. Nach wie vor. Das hat sich mal nicht bei mir geändert. Ich finde es ja eh lustig, dass jetzt hier drei Deutsche zusammen sind, quasi aber in den Ländern übers Internet getrennt. Und wir eigentlich jetzt hier, aber wir halten heute die Österreich-Flagge hoch. Yes. Also so, irgendwo da. Sehr schön. So machen wir das. Wie alt seid ihr? 34. Das hätte man. Und eins. Und eins. Genau, das sollten wir natürlich dann auch noch ergänzen. Genau. Noch 36. Ja. Gut. Das lassen wir mal so stehen, ne? Das lassen wir so stehen. Beim Beruf bin ich tatsächlich gespannt, weil, ich sag mal, auch da hat sich bei Bernd ein bisschen was verändert, aber Ann-Kathrin, fangen wir mit dir an. Was machst du im wahren Leben? Also wenn ich vor ein paar Jahren auch hier im Podcast gewesen wäre, hätte ich noch gesagt Architektin. Inzwischen bin ich Journalistin. Und zwar habe ich mit Tobias Giesinger zusammen letztes Jahr The Marker gegründet. Das ist ein Investigativ-Journalismus-Startup zu den Themen Tierschutz, Umweltschutz und Menschenrechte. So sieht es aus. So, Bernd, ich würde sagen, du hast jetzt frei. Ich glaube, mit Ann-Kathrin habe ich jetzt so viel zu reden. Danke, war schön. Für alle Folge 28 einfach nochmal angucken. Genau. Ändern sich nur ein paar Sachen. Also dann, ne? Tschüss. Bye. Aber ganz ehrlich, das ist, bitte einmal notieren für alle, die zuschauen, The Marker und Carsten, das ist definitiv nochmal, also nicht nur, aber das ist eine eigene Folge, dass die zwei. Das ist gar gerne, jederzeit. Und was die dann noch, das ist Jesus-Mordung. Machen wir auf alle Fälle. Also das Versprechen nehme ich dir jetzt schon mal ab. Sehr cool. Das machen wir dann auf alle Fälle. Gerne, gerne. Wir werden aber auf alle Fälle schon mal einen Link unten in die Show-Notes reinpacken, denn ich denke, schriftlich haben wir da ja schon ein bisschen was, da können wir den Link auf alle Fälle mit reinsetzen. Bernd, wie sieht es bei dir jetzt aus? Nicht mehr beim Radio, wie damals 2021, hatte mich 2020 als Sprecher selbstständig gemacht, also bin nach wie vor im Sprecher-Business tätig, für Werbung im Radio, also ich bin immer noch im Radio, aber jetzt halt in der Werbung, Imagefilme besprechen, Voice-Over-Stimme, Telefonband-Ansagen, also diese Geschichten, das ist so meine Selbstständigkeit und dann gibt es natürlich auch noch diese Hauptberuflichkeit, die uns allen die Rechnungen zahlen, aber die mache ich trotzdem auch sehr, sehr gerne. Das ist eine Digitalagentur, wir kombinieren analoge und digitale Werbung, so, genau. Sehr, 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 sehr spannend. Aber ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als du als Radiomoderator gearbeitet hast und ich habe die Geschichte gestern und auch heute noch erzählt, bei euch gab es eine Studio-Camp und dadurch, dass wir natürlich auch per WhatsApp miteinander verbunden waren und ich dann manchmal halt einfach das Radio mit Cam halt in der Firma habe laufen lassen in der Werkstatt und dann warst du zwischen den Ansagen, während die Musik liefst und manchmal am Handy und dann habe ich dir irgendwelche Nachrichten geschickt, wie arbeite vernünftig oder was machst du da schon wieder für Dummheiten und dann erinnere ich mich immer dran, die Kamera war so ein bisschen hinter dir, wie du dich immer umgedreht hast, in die Kamera geguckt. Genau, ich fand das immer sehr, sehr schön, das war immer sehr, sehr witzig. Die haben sie leider jetzt nicht mehr. Also das... Das ist schade. Ja, die machen nichts mehr live. Ja. Die machen so wenig live deswegen, aber die machen jetzt andere Sachen voraufgezeichnet, deswegen hat sich diese Kamera nicht mehr ergeben, aber war eine gute Zeit, war eine gute Zeit. Aber ich sage immer, ich habe jetzt mehr Wortanteil im Radio als damals, weil ich in der Werbung tätig bin. Ich muss mal wieder Radio hören, ich muss mal deine ganzen Spots nachhören. Ja, ich glaube, ich muss auch mal wieder auf den Sender gehen. Nur in der Werbung reinschalten, natürlich. Ja, nur, nur. Das ist ja das, was du beim Radio hören willst. Ja, natürlich. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was macht ihr in der Freizeit, also Hobby, das Projekt, über das wir jetzt gleich ausführlich reden werden, ist es Arbeit, ist es Hobby, ist es Berufung? Vielleicht können wir da schon ein bisschen was anteasern, aber wie gesagt, ausführlich werden wir da natürlich auf alle Fälle gleich drüber sprechen. Ja, ich glaube, das ist so zwischendrin, oder? Also, weil wir verdienen kein Geld damit, aber irgendwie ist es doch Arbeit und Berufung. Hobby, ja, es macht Spaß, also es ist definitiv was, was man gerne in seiner Freizeit macht, aber so richtig Hobby würde ich es dann auch nicht nennen. Also Hobby sehe ich dann doch eher so in der sportlichen Richtung. Also da bin ich gerne, also ich gehe gerne laufen, ich gehe gerne wandern, gerne auch Outdoor-Bootcamp, das ist was Cooles, also draußen im freien Training machen, mag ich ein bisschen lieber als im Fitnessstudio. Mach ich aber auch, mache ich auch gerne. Aber all das, was ich jetzt gerade sage, genau, 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 er weiß es nämlich, weil aktuell habe ich genau so viel Freizeit seit ungefähr einem Jahr. Ja, deswegen, ja, muss ich bald mal wieder mit Fitness starten, um das Fatness-Level wieder runterzubringen. Aber hey, alles noch im grünen Bereich, weil vegane Ernährung, was da. Alles machen wir mit veganer Ernährung. Chillig einfach, chillig. Da kann man Törtchen futtern im Podcast. Gib mal gerade Törtchen her, dass Martin sitzt in der Regie. Hier, hier, schau mal, ich meine, Entschuldigung. Nein. Das ist vegan. Ja, das gibt es bei uns in Hohenems. Und so wird man bei euch verwöhnt, wenn man bei euch im Podcast ist, oder? Ganz genau. Unter anderem so, wir haben immer wieder was anderes, weil wir wollen halt den Leuten, die da zuhören und zuschauen, auch zeigen, Leute, schaut mal, so easy peasy, lecker ist vegane Ernährung, so viel Auswahl gibt es, also es wird dann wahrscheinlich nicht exakt das geben, wenn ihr da seid, aber, weil wir haben da auch einen Gegenbesuch geplant. Kleiner Spoiler. Da könnte es noch was geben, ja. Wir sind mal gespannt, wie wir das auf die Beine stellen. Aber wir haben da durchaus schon Pläne. Auf jeden Fall. Bernd, bei dir, ich meine, wir haben uns damals über das Laufen letztendlich ja kennengelernt, über Laufen gegen Leiden. Hat sich bei dir was verändert an den Hobbys? Magst du noch laufen? Gehst du noch laufen? Ich, man muss sagen, wieder seit heuer, seit heuer im März, da habe ich wieder das LGS-Shirt das erste Mal seit zwei oder fast drei Jahren wieder angezogen gehabt. Heftig. Man muss sagen, wo ich beim Radio war, hatte ich ja andere Zeiteinteilung, was den Tagesrhythmus angeht. Da habe ich einfach, da ich die Mittags-, also Nachmittagssendung hatte, hatte ich erst mittags quasi den Dienst begonnen und war dann abends daheim und habe die Kinder damals noch im Kindi, jetzt sind sie auch schon in der Schule, die Zeit vergeht, habe ich sie quasi zum Kindi gefahren und dann Sport gemacht gehabt. Und wo ich dann nicht mehr beim Radio war, habe ich so einen normalen 8-to-5-Job ja jetzt und da hatte ich dann plötzlich einfach, da bin ich nicht mehr in den Tritt reingekommen, bin komplett aus dem Rhythmus raus, hat noch Workouts ab und zu gemacht, aber das dann irgendwann auch nicht mehr und habe mich dann komplett eigentlich gehen lassen und nichts mehr gemacht. Und jetzt heuer im März hat das Gott sei Dank wieder, Februar, März war es ja, hat es wieder angefangen. Da bin ich froh darum, dass ich wieder in diesen Tritt reingekommen habe. Es wird viele, die uns jetzt Zuschauern geben und zuhören, die sagen, ja, so geht es mir auch und ich kann euch sagen, einfach, es ist einfach anfangen. Ja. Wow, wow, wow. Jesse, chill. Jesse, eskaliert. Also einfach anfangen, einfach wieder anfangen. Es ist so schlimm am Anfang, aber es wird dann ganz schnell besser. Ja, das ist wirklich so, kann ich nur bestätigen. Und ich warte noch auf den Punkt, wo ich mich wieder... Ich schreibe dann da an Kathrin ab und zu, dass sie jetzt wieder Sport kommt, so als innere Motivation für sie. Na gut, wenn wir jetzt beim Sport schon sind und ihr gerade das Essen schon in die Kamera gehalten habt, dann kommen wir natürlich zum Leibgericht. Was ist euer Leibgericht? Meins ist tatsächlich total basic. Das klingt jetzt mega langweilig. Dabei, ich schwöre, ich koche gerne und gut. Aber mein absolutes Leibgericht ist einfach nur Vollkornspaghetti mit Betonung auf Vollkorn, weil mag ich viel lieber und ist auch viel gesünder. Ich mag einfach Tomaten. Das ist irgendwie, ich kann das einfach immer essen. Keine Ahnung, ich bin krank, ich muss irgendwas essen, that's my go to eat. Oder ich habe zu viel getrunken und mir geht es nicht gut, Spaghetti mit Tomatenmark läuft. Weiß nicht, ich bin sonst irgendwie traurig, weiß nicht was, ich muss mich irgendwie belohnen, Spaghetti mit Tomatenmark. Ich habe abends keine Zeit, Spaghetti mit Tomatenmark. Ich habe morgens keine Zeit, Spaghetti mit Tomatenmark. Da bin ich allerdings in deinem Team, das muss ich sagen. Also ich bin auch, ich kann auch morgens schon Nudeln essen, überhaupt kein Problem. Und ich mache mir auch gerne morgens schon mal eine Nudelsuppe mit einem kompletten Block Tofu drin und als Frühstück, es geht wunderbar. Döner als Frühstück ist sowieso geil. Bernd, bei dir? Hattest du mich diese Frage letztes Jahr auch gestellt? Letztes Jahr, sage ich schon. Ja, vor drei Jahren, beim letzten Mal, vor drei Jahren. Ich denke schon, ja. Boah, ich weiß nicht mehr, was ich gerne. Also jetzt heute würde ich, und jetzt bin ich gespannt, was mein Vergangenheits-Ich damals gesagt hat, das schaue ich mir nochmal an, Schnitzel mit Spätzle und Soße, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Geil. Also vegane Schnitzel, ich bin Schnitzel-Semmel, Schnitzel mit Spätzle, Schnitzel mit Pommes, Schnitzel in jeder Form oder Burger, Burger natürlich auch. Beyond Meat und den ganzen, ich bin so ein richtiger, ich bin so ein Veganer, der so Fleischersatz mag. So, äh, wie du magst, der Veganer-Fleisch. Weil wir es können. Ja. Ganz genau. Das ist meine Lieblings-Bullshit-Bingo-Diskussion immer. Ja. Ja, aber warum, ihr seid doch vegan, warum wollt ihr wirklich ausschauen wie Fleisch? Weil es lecker ist, okay. Ja. Ja, aber manchmal führt man die Diskussion manchmal nicht. Voll oft führt man die, aber naja. Wie lange seid ihr schon vegan? Seit 2017, aber schon länger vegetarisch seit 2009. Und halt dann nie mit Nutztierhaltung beschäftigt, darum nie drauf gekommen, dass Kälber immer noch leiden und männliche Küken geschreddert werden und das Ganze, ja, wusste ich nicht. Und sobald ich es wusste, habe ich gesagt, shit, in dem Fall auch kein Käse mehr. Warst du jetzt so eine Mozzarella-Veganerin das Zeit lang? Ja, ein Jahr lang Mozzarella-Veganerin, ja. Und das, ich, also ich habe das in der Zeit nicht zugegeben, aber inzwischen gebe ich das auch zu, weil, naja, weil es ist, ja, weil sobald du das, also, wenn du zugibst, etwas noch zu essen bei der Familie, ja, aber Ann-Kathrin, dann kannst du doch auch vielleicht bei dem Kuchen mal, bei der Oma eine Ausnahme machen und so. Wieso bei Mozzarella, wieso dann nicht dabei? Ja, ganz einfach, weil ich sonst bei allem plötzlich Ausnahmen mache und dann sind wir wieder bei Null. Und für mich war das aber zum, zum, das nachhaltig durchführen am Anfang einfach wichtig, anscheinend, mir diese eine Sache noch aufzuheben. Und da habe ich aber dann einen coolen Trick angewendet, das hat für mich gereicht. Ich habe einmal veganen Mozzarella selbst hergestellt, der richtig gut wurde, der war super auf der Pizza, der ist auch ein bisschen geschmolzen, hat ein bisschen gezogen und so. Nur das zu wissen, dass das geht, wenn ich das will, hat gereicht, um das zu lassen. Fertig. Erledigt. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Nee, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Bei dir bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, ich habe dir natürlich auch die Frage gestellt, wie lange du schon vegan bist, aber... Also jetzt sind es neun Jahre, es war das Jahr, wir schrieben das Jahr 2015. Vor mir. Respekt. Stich. Gut gemacht. So 15. Rauchen aufgehört. Vegan geworden. Respekt. LGL gestartet quasi. Und 16 Kilo damals abgenommen. So, boom. Bam. Ich habe damals auch Hardcore. 18 Kilo mal. Und jetzt haben wir alles wieder drauf. Schade Marmelade. Naja. So. Letzte Frage des Fragebogens. Welches Produkt feiert ihr im Moment gerade ganz besonders? Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ist es ein Öster oder ein Produkt aus den österreichischen Supermärkten? Oder ist es ein deutsches Produkt? Oder ist es vielleicht etwas ganz, ganz anderes aus dem Bereich Kosmetik, Bekleidung, wie auch immer? Für mich ist es etwas österreichisches tatsächlich, weil ich kaufe recht selten in deutschen Supermärkten ein, obwohl es ja Katzensprung ist bei uns. Weiß ich auch nicht, warum ich das nicht mache. Wäre sogar günstiger. Egal. Von Revo feiere ich den Lachs total. Also Revo ist ein Wiener Startup. Glaube ich, oder? Revo? Ihr seid aus Wien. Und die machen mega, mega guten Räucherlachs einerseits aus Erbsen und andererseits inzwischen auch Lachs Steak. Geil. Okay, klingt gut. Ja, und es hat all das, was bei Lachs geil war, ohne das, was bei Lachs weird war. Das sagt jetzt viel, ne? Probieren. Gar nichts eigentlich für mich. Gibt es das in Deutschland auch? Ja, das ist gar nicht. Wie heißt es normal? Revo. Revo. Kasten, darf man hier bei dir Product Placement machen im Podcast eigentlich? Du, wir machen hier keine Werbung. Das habe ich irgendwann mal beschlossen. Aber ich denke, über die Sachen, die wir selber nutzen, dürfen wir ja halt auch einfach reden. Das ist keine Werbung. Ihr bekommt da kein Geld für. Es wird in keiner im Prinzip... Wir sagen immer wieder in unserem Podcast, hey, schaut's her, was wir alles sponsern. Aber es ist halt so, dass es so unfassbar viele Produkte gibt, die man kennenlernen sollte. Und wenn man nicht weiß, dass man danach suchen muss, ja, dann wird man es natürlich auch nicht machen. Große Diskussionen in vielen der letzten Folgen oder Hinweise gingen immer in Richtung gute Käsealternativen, vegane Käsealternativen. Gibt es ja nach wie vor auch einigen Schrott. Aber es gibt halt auch sehr gute. Und wenn wir uns untereinander nicht die Sachen, ich sag mal, schmackhaft machen, dann weiß ich es halt auch nicht. Also finde ich, darf man da auch einfach mal drüber reden. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass... Achso, Bernd, hast du noch etwas, was du noch... Eigentlich kein direkt veganes Produkt, glaube ich, was ich feiere. Also ich finde, ich bin so ein ungesund lebender Veganer. Das ist so furchtbar. Ich stehe auch bunte... Also wenn in Regalen irgendwelche bunten Energydrinkdosen stehen, ich muss die kaufen. Je bunter und ausgeflippter, die catchen mich. Die wissen ganz genau, was sie tun müssen mit Marketing-Sachen. Und dann muss ich die kaufen. Und das ist... Also da wäre die Liste jetzt auch zu lang wieder, was ich hatte. Von dem her, ich bin ganz... Einmal alles, bitte. Mit Scharf. Generell ist es bei mir aber halt auch so, wenn ich irgendwie neue vegane Produkte sehe, ich muss die irgendwie testen. Ich muss einfach gucken, funktionieren die, schmecken die. Wie heißt die Salami-Ak im Spar? Ah ja, Billy Green. Billy Green, genau. Das ist die. Also das muss ich sagen, ich habe lang nach einer veganen Salami gesucht gehabt. Und die von Billy Green, da gibt es diese Baguette-Salami, die ist also gibt es in Deutschland. Ja. Also by God, die ist wirklich super fein, weil die ist von der Konsistenz, von der Würze her, wo ich sage, das ist mei. Und alles, was die jetzt mittlerweile von der Rügenwalde machen und Gutfried und Tralala, im Kaufland gibt es da so viel und es gibt natürlich auch Spar, Lidl und sonstige Einkaufsmärkte, das mag betont sein, aber in diesem Kaufland, da gibt es so einen ganzen Kühlbereich bei uns hier in Lindau gleich hinter der ganzen Welt. Ich liebe Ann-Kathrin, ich gehe nach Deutschland einkaufen, weil es da lustig ist. Jedenfalls gibt es da so viele tolle Wurst- und Fleischersatzsachen, also da kaufe ich auch immer alles einmal quer durch. Ja. Ist einfach alles gut, meistens. Wie ist es dazu gekommen, Ann-Kathrin, dass du damals vegan geworden bist? Wir sind jetzt schon ein bisschen ins Eingemachte, aber... Also ganz ursprünglich vegetarisch war, weil ich den Unterschied zwischen meiner Katze und einem Huhn nicht mehr verstanden habe und dann zuerst gesagt habe, naja gut, entweder ich esse alle Tiere oder ich esse keine mehr. Ich habe zuerst versucht, alle zu essen, bin kläglich gescheitert und habe dann entschieden, keine mehr zu essen. Und dann, als ich eben... Will ich diese Bilder jetzt im Kopf haben, wie du an der Katze lutscht? So glücklich. So weit bin ich nicht gegangen, aber damals einmal in Frankreich. Ich sage es nicht, weil er darf das nicht hören. Ja, also ich habe es... Ja, ich hasse mich selber dafür, aber ich meine... Taubenfleisch. Schst! Er hat es nicht mitgekriegt. All right, all right. Güte. Genau. Und dann bin ich durch eine Freundin draufgestoßen, dass eben leider Nutztierhaltung definitiv nicht cool ist und dass eben nicht nur Tiere leiden, die man aktiv isst, sondern dass da viel in der Milchwirtschaft, in der Eiwirtschaft, dass da alles noch drumherum mit zusammenhängt und dann habe ich das sofort, ja, umgesetzt. Eben bis auf Mozzarella. Dann auch das und dann bin ich sofort auch Aktivistin geworden, weil ich gesagt habe, gut, wenn ich das nicht wusste und ich habe mich damals für einen halbwegs informierten Menschen gehalten, so der sich schon Medien auch reinzieht, wenn ich das nicht wusste, dann bin ich davon ausgegangen, weiß das einfach der Großteil der Bevölkerung nicht, weil sonst wären ja alle vegan. Absolut. Genau. Deswegen musste ich dann Aktivismus machen, war klare Geschichte, Architektur gestrichen, rein in die Kampagnenarbeit und seitdem nicht mehr aufgehört damit. Ja. Und da werden wir gleich ausführlich drüber reden, denn ich denke, all das hat dazu beigetragen, dass ihr heute bei dem Projekt seid, das ihr gemeinsam macht. Aber jetzt gibt es einen dritten Örsling in der Kamera. Jetzt möchten wir natürlich auch die Geschichte einmal erfahren, denn so viel kann ich an dieser Stelle sagen. Dieses zauberhafte Tier wird nicht gezwungen, da jetzt zu sein, wie es ist. Ich habe selber erst erlebt, wie Ann-Kathrin nach Hause gekommen ist oder ins Studio gekommen ist und also so herzlich begrüßt wurde, das habe ich so in der Form bei einer Taube noch nicht erlebt. Also es war wirklich faszinierend und seitdem sitzt sie da ganz friedlich, kuschelt sich an und will auch gar nicht weg. Aber auf die Geschichte bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Wenn du uns die einmal erzählen würdest, das würde mich sehr freuen. Sehr, sehr gerne, ja. Also das ist Jazzy. Er ist wie gesagt ungefähr ein Jahr alt, also fast. Und ja, die Geschichte ist folgende. Seit ungefähr vier Jahren kümmere ich mich in Vorarlberg um Stadttauben, Straßentauben, die verletzt sind, krank sind, irgendwo im großen Stil nisten, wo sie nicht gewollt sind und da sofort natürlich weg müssen, gleich heute noch und sonst kommt der Jäger oder weiß ich nicht, was dann da für Drohungen gerne ausgestoßen werden, weil es sind ja fürchterlich dreckige Tiere. Gleich vorweg stimmt natürlich nicht. Genau, und ich habe eben ein betreutes Taubenhaus, wo dann diese ganzen Tauben rein dürfen, wo sie dann leben dürfen. Sie dürfen jederzeit, also außer nachts, rein und raus fliegen, wie sie möchten, kriegen dort artgerechtes Futter, weil wer das nicht weiß, Tauben sind wirklich auch reine Veganer und essen nur Körner und Sämereien und die kriegen sie in Premium Qualität. Das leiste ich mir. Genau, wenn ihr mal auf der Straße eine Taube findet, die Hilfe braucht, Popcorn-Mais, Sechskorn-Mischung vom DM oder geschälte Sonnenblumenkerne, finden sie alles mega lecker. So kann man sie einfangen, um sie zu pflegen. Genau, und dort ist eben Jazzy geboren, weil eigentlich mache ich dort Eier-Austausch, damit die Population eben nicht noch größer wird, fühle mich dabei zwar voll schlecht, weil man muss ja denen dann so das Ei runterklauen und dann ein Tauschei drunterlegen. Aber ich mache das immer so, dass sie das hoffentlich nicht checken. Also vorher auch angewärmt und dann so drunter geschoben. Oder meistens fliegen sie eh weg und dann schaue ich auch, dass keiner das sieht von denen. Ja, und da ist ein Ei wohl irgendwie durchgerutscht und da ist er dann geboren und hatte aber eben eine Fußfehlstellung und die hat er leider immer noch. Also das ist, Achtung Jazzy, ich zeige mal kurz. Hier dieser Fuß steht seitlich weg und der andere Fuß ist hier so ein bisschen verkrüppelt drunter und darum würde er draußen halt nicht überleben. Also auch in dem betreuten Taubenhaus, das wäre viel zu gefährlich, weil er einfach, wenn ein Auto kommt, ein Hund kommt, ein Mensch kommt, man weiß es, das ist einfach gleich mal Sense. Und deswegen habe ich ihn mit zu mir genommen, habe anfangs versucht, mit Physiotherapie das noch irgendwie hinzukriegen, aber es ist leider so geblieben. Und ja, aber wir lieben uns und er darf bei mir zu Hause komplett frei leben, also er hat keinen Käfig oder sowas, er schläft sogar nachts auf meinem Kopfkissen. Also wie eine Katze auch vom Verhalten her, total am Kuscheln und will immer dabei sein, will immer hier sein, nicht da unten, nicht da drüben, hier. Genau. Und deswegen nehme ich ihn auch an viele Orte mit, eben dadurch, dass ich ja selbstständig bin, kann ich ihn mit zur Arbeit nehmen und das ist einfach mega. Also mega schön. Ja. Ich werde unten nochmal die Folgen verlinken, die wir alle schon aufgenommen haben, wo wir über Tauben gesprochen haben. sind, glaube ich, mittlerweile drei Folgen und schaut da in die Shownotes. Es sind alle Links drin, die zu den Studien von der FH, die zeigen, dass Taubencode nicht aggressiver ist wie anderer Code, dass dadurch Baustoffe nicht beschädigt werden. Du bist Architektin, kannst es sicherlich bestätigen. Ja. Also von daher, das große Problem mit den Tauben ist menschgemacht. Absolut. Das müssen wir uns immer vor Augen führen. Also es ist auch unsere verdammte Aufgabe, uns darum zu kümmern und wie in Limburg eine Entscheidung zu treffen, die Tauben einfach zu töten, ist eine Entscheidung, die einfach falsch ist und die nicht hinnehmbar ist. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Und es gibt so viele tolle Projekte, Taubenhäuser, wo genau das gemacht wird, was du gerade beschrieben hast. Und ich kann euch da wirklich nur wärmstens empfehlen, setzt euch mit der Thematik auseinander. Das macht wirklich Sinn. Und dann klärt die Menschen darüber auf. Und ich möchte nie wieder Sprüche hören, wie das sind die Ratten der Lüfte oder sowas. Wenn diese Tiere in der Fußgängerzone irgendwas an Essen aufpicken, dann machen sie das, weil sie total verzweifelt sind und Hunger haben. Im Normalfall würden sie sich immer für die von Ann-Kathrin gerade aufgelisteten oder aufgezählten Nahrungsmittelkörner, wie auch immer, entscheiden und würden garantiert nicht irgendwie den Müll aus dem Mülleimer holen. Also von daher geht 18 damit um und sorgt verdammt nochmal dafür, dass eure Kinder in der Fußgängerzone die Tauben nicht jagen. Rieche ich jedes Mal so einen Hals, wenn ich das sehe. Diese verdammten Kinder. Nein, die ja die Eltern, oder? Genau, die Eltern, ja. Die sagen, schau, das sind fühlende Lebewesen, die haben Angst, wenn du das machst. Die wissen nicht, dass du nur spielen willst. Genau, das ist schwierig. Ja, aber ich sage das auch jedes Mal. Das Coole ist, inzwischen ist er ja immer dabei und er ist also, egal wo ich bin, im Zug, im Bus, auf der Straße unterwegs, er ist ja immer dabei und er ist so ein super Aushängeschild. Ich habe noch nie einen einzigen negativen Kommentar über ihn oder zu ihm gehört. Nicht mal von Schaffnern, Schaffnerinnen oder sowas im Zug. Alle immer, ach, wie schön und auch so toll und oh, das sind ja mega coole Tiere. Gut, dass wir das jetzt wissen. Ah, die sind nicht dreckig. Oh, okay. Ja, also. Aber fliegen kann er. Fliegen kann er. Macht er aber nicht, wenn ich ihn mitnehme. Also vorhin die Situation war ja die, Jazzy war im Raum nebenan. Ich kam hier zu Martin nach Hause und Jazzy saß da hinten und dann, wo du jetzt vorhin gekommen bist, ist Jazzy hier plötzlich reingeflogen. Ich vollkommen überforderte Situation, weil ich keine Ahnung von... Wie hält man das? Es ist geblüht. Und plötzlich fliegt Jazzy da, da her, boah, und dann höre ich dich schon und denke mal so, das ist ja wie, wenn unser Hund zu Hause aufspringt, wenn meine Frau heimkommt oder quasi schon kurz davor, weil er schon spürt. Und so ist es. So bei ihm auch. Wenn ich ihn doch mal zu Hause lasse, weil es irgendwie zu viele Termine sind und es dann zu stressig wäre für ihn und ich mache die Tür zu Hause auf, boah, gleich dauernd im Gesicht. Kommen wir zu eurem großen Projekt, über das ihr heute sprechen möchtet. Und das geht, aber das habe ich gerade schon angeteasert, mit Aktivismus los, den ihr beide letztendlich ja schon länger betreibt. Ich weiß nicht, wer mag da jetzt anfangen? Ann-Kathrin, magst du ein bisschen erzählen? Du hast es gerade angesprochen, dass du im Prinzip, nachdem du verstanden hast, dass vegan der für dich richtige Weg ist, bist du auch mit Aktivismus angefangen. Vielleicht erzählt dir einfach mal so ein bisschen, vielleicht gibt es irgendwann eine Schnittmenge und vielleicht kommen wir da irgendwann dann zusammen. Egal, was sie jetzt sagen wird, sie wird sich geringer verkaufen, als das, was sie eigentlich macht. Das kann ich schon mal, das muss man vorwegnehmen. Ann-Kathrin macht, also wenn Aktivismus man in diesem Zusammenhang zwischen uns beiden hier in den Mund nehmen möchte, dann zeigt der Band da drüben hin. Bei mir ist der Aktivismus in einer anderen Form, würde ich das nennen. Podcast-Aktivismus. Das ist vielleicht meine Form des Aktivismus. Aber so dieser Hardcore-Aktivismus, wirklich so dieses Dinge erleben, wo andere sich gar nicht mal vorstellen könnten, was da vor sich geht in dieser Welt. Da. Hinter. Da. Also jedes Mal, wenn du jetzt gleich das Gefühl hast, dass sie sich ein bisschen kleiner macht, als sie tatsächlich ist, dann darfst du natürlich gerne reingrätschen und es in die richtige Größe entsprechend halt auch bringen. Und ich weiß, und am Ende ist es dann ja doch euer gemeinsamer Aktivismus, nämlich der Podcast-Aktivismus, bei dem wir dann landen werden. Aber trotzdem möchte ich jetzt erst mal wissen, wie ging es bei dir los, Ann-Kathrin? Ja, eben festgestellt, Veganismus ist the way to go. Niemand weiß anscheinend Bescheid, also muss ich das machen. Und bin dann aktiv geworden beim Verein gegen Tierfabriken. Das ist einer der zwei größten Vereine in Österreich, die eben Kampagnen zu Nutztierhaltung machen. Wie der Name schon sagt, Verein gegen Tierfabriken. Ich bin erst mal recht locker eingestiegen als Freiwillige und habe dann ziemlich gleich mal gemerkt, wow, da ist echt viel Arbeit und irgendwie kann ich das gar nicht so schlecht. Und habe dann noch kurz ein bisschen dagegen gekämpft, habe mich noch an der Architektur festgehalten, weil so schön und so halt doch irgendwie auch ein niceres Life, was einem dann irgendwie finanziell anschaut. Aber ich konnte einfach nicht. Ich saß im Büro und habe schöne Sachen gezeichnet und habe mir gedacht, ja, damit kann ich die Welt leider nicht verbessern, was ich ursprünglich wollte mit Architektur, weil Studium mega cool, aber dann im Alltag, ja, ist halt doch wieder nirgendwo Geld da und man will halt dann doch Styropor an der Wand haben als Stadt Lehm und so Sachen. Und dann, ja, war für mich klar, gut, ab jetzt Vollzeit-Campaignerin. Genau, und so bin ich da so reingerutscht und habe mich eigentlich hauptsächlich mit Tiertransporten beschäftigt, hauptsächlich noch viel dezidierter mit Kälbertransporten, weil man da so cool zwei Fliegen mit einem Glaswürf rein konnte, weil man zeigen konnte, Tiertransporte scheiße und Milch scheiße, weil wegen Milch gibt es Kälbertransporte, weil eben damit eine Kuh wirtschaftlich gesehen genug Milch geben kann, muss sie ungefähr jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen und diese Kälber wären halt einfach zu viel auf dem Markt und da ist man vor ein paar Jahrzehnten auf die ganz tolle Idee gekommen, hey, die verticken wir einfach in andere Länder, geil, dann haben wir sie los und können sogar noch Geld damit verdienen, wobei in Deutschland kriegt man für ein Kalb beim Export wirklich quasi null, teilweise wirklich null, in Österreich ist die Lage noch ein bisschen besser, aber im Endeffekt geht es darum, den Markt zu entlasten und somit konnten wir eben diese beiden Dinge gleichzeitig zeigen und das Gute bei Aufdeckungen zu Tiertransporten ist, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung dahinter steht, weil sie das Gefühl haben, das betrifft sie nicht direkt, das ist nicht, ich esse dieses Fleisch, das da jetzt als Tier leidet, sondern aha, das sind Tiertransporte, ja, die finden wir ja auch nicht gut, das hat ja mit unserem Konsum jetzt mal noch nichts zu tun und deswegen schauen sie sich das an und dann, upsala, okay, es hat doch mit unserem Konsum was zu tun, aber dann haben sie es sich schon angeschaut und dann haben sie schon entdeckt, ah, okay, wir haben doch Empathie mit Tieren, genau und das war eigentlich unser Hauptthema. Jetzt muss ich aber direkt an dieser Stelle einmal fragen, ich meine, du hast die Architektur an den Nagel gehangen und hast das dann beruflich gemacht, also ich sage mal Campaignerin, also du hast auch, du hast ein Gehalt bekommen, also du hast direkt eine Festanstellung als Aktivistin gefunden. Jein, also zu Beginn habe ich zwar Vollzeit gearbeitet, aber wurde nur geringfügig entlohnt, erst dann nach einigen Jahren ist dann das Gehalt angepasst worden an meine Arbeitszeit. Nein, aber ich meine, das ist, ich finde es halt einfach super interessant, weil viele träumen natürlich davon, ich sage mal, ihren Aktivismus, den sie in der Freizeit machen, auch als Beruf machen zu können, also wirklich ihre ganze Energie da rein setzen zu können und von da ist es natürlich toll überhaupt zu sehen, dass es, dass es diese Möglichkeit gibt und das finde ich halt eigentlich sehr, sehr positiv und dass man am Ende des Monats seine Miete bezahlen muss, sein Essen bezahlen muss, sich vielleicht hin und wieder auch mal was an Klamotten kaufen muss. Wie sagte mein Chef früher, da wo ich früher gekellnert habe, um ein bisschen was dazu zu verdienen, jede Arbeit ist seines Lohnes wert und von daher ist es, muss man sich auch da nicht kleiner machen und auch nicht zurückstellen, dass man dafür dann Geld bekommen hat. Du hast eine Arbeit geleistet und hast da was für bekommen, das finde ich vollkommen okay. Also an alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, einfach mal Ann-Kathrin Freude da googeln oder Tobias Giesinger und Ann-Kathrin Freude, da könnt ihr tonnenweise an Material zu ihren Kälbertransporten auf Deckungsskandalen euch reinziehen. Also wenn ihr viel Zeit habt, dann könnt ihr das machen. Unter anderem mit Bernd als Synchronstimme. Machen wir es vielleicht so, dass ihr mir die zwei, drei Highlights, was eigentlich so vielleicht den besten Überblick gibt, schickt und dann setzen wir die unten in die Show Notes mit rein. Sehr gerne. Weil wenn man irgendwie nach dem Namen googeln und so, das ist alles schon wieder für viele viel zu aufwendig, dass wir es direkt zwei, drei Links unten reinpacken. Der Carsten hat recht. Ja, total. Ja, finde ich gut. Sehr gerne. Wie ging es dann weiter? Ja, der Tobias und ich haben uns dann eben selbstständig gemacht mit The Marker letztes Jahr. Und da ist leider noch nicht das Gehalt so richtig da. Also gar nicht eigentlich, ehrlich gesagt, aber okay. Aber zurück zu unserem gemeinsamen Projekt, weil Pure haben wir ja auch schon vor einigen Jahren gegründet. und wir haben uns aber, warte, kennengelernt haben wir uns trotzdem noch über Aktivismus beim Verein gegen Tierfabriken und da haben wir dann entschieden, gemeinsam mit Martin Mangeng, dass wir eben Pure gründen und der Verein kommt von der anderen Ecke, also Verein gegen Tierfabriken und jetzt auch The Marker kommen mehr von der Seite. Schaut mal, wie es ist. Und Pure zeigt dann Lösungen auf. Also eben, okay, du möchtest ein nachhaltigeres Leben leben, mega nice. Schau, hier gibt es Tipps und das ist super easy und super locker flockig. Musst dir keine Gedanken machen, dein Leben wird sich nicht plötzlich, also du, ich sage das immer gerne, weil ich liebe einfach dieses Wort, danke dem Erfinder. Es war sicher ein R, sicher ein Boomer. Man wird nicht automatisch, wenn man nachhaltiger lebt, ein linksgrün versiffter Öko-Hippie, sondern das Leben ist einfach dasselbe nur in nachhaltig, nur in vegan, nur in weniger Autofahren und solche Sachen. Also da kann man ganz viel machen und das wollten wir damit eben zeigen, deswegen auch Pure. Pure steht für P wie pflanzenbasiert, U wie unverpackt, R wie regional und E wie ethisch fair. Wir wollten einfach das ganze Spektrum mal aufreißen und eben auch zeigen anhand von persönlichen Fußabdruck, wo hat man denn eigentlich am meisten Auswirkungen und das ist, Spoiler, bei der pflanzlichen Ernährung. Genau, Bernd. Jetzt hat sie mich kurz auf den falschen Fuß aufreißen. Ich war ganz kurz im Nirwana im Kopf, jetzt bin ich auch nicht mehr. Jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt bist du wieder da. Ja, klar. Ja, klar. Super, es wird nicht geschnitten. So, Chance vertan. Schade, Bernd. Ja. Erzähl doch mal über den Podcast, Bernd. Jetzt hört aber auf. Vielleicht wollte Carsten noch eine andere Frage stellen. Entschuldigung, Carsten. Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal, weil ich natürlich Martin ja gerade auch ganz kurz kennengelernt habe. Erzählt noch mal ganz kurz, wie ihr angefangen habt. Ist ja sein Baby. Martins Baby ist es. Schon hauptsächlich Martins Baby, ja. Also in der Martins Baby, dann kamst du dazu und ich vor drei Jahren. Ja, ja, ja. Mit dem Podcast quasi. Genau. Da haben wir dich ins Boot geholt. Die ganze Grundidee ist ja mit Martins Eventsplanungen etc. Facebook-Gruppierungen, so ganz oldschool, wo man irgendwie sich treffen kann und ich weiß noch, da gab es dann ab und zu diese veganen Treffen, wo man zusammen essen konnte, dann auch, veganen Treffen, jawohl, richtig, Dankeschön. Gerne. Und das war aber immer noch so abstrakt, das war immer so allpaar und irgendwie, der VGT war auch damals noch stark mit drin und es gab ein paar Figuren hier in Vorarlberg, also Figuren im Sinne von wie Spielfiguren, die halt das ganze Konstrukt mitgetragen haben, Menschen, die hier sehr aktiv heute noch sind und teilweise nicht mehr so sind und wenn man da frisch in diese Szene reinkam, dann war das, ja, das war nur so, das war damals alles noch so jungfräulich oder halt einfach auch so, da war das irgendwie noch so komisch irgendwie, ich weiß, ich kann es gar nicht anders sagen, wie einfach so halt. Es hatte noch keinen Rahmen. Ja, es hatte noch keinen Rahmen, es war noch nicht alltäglich und es war halt so, ja, da treffen sich jetzt halt so ein paar Veganer, ja, schon so. Und schimpfen über die Nicht-Veganer. Ja, irgendwie. Ja, und das hat Martin sehr schnell gecheckt, dass das ein ganz guter Hebel ist und hat dann gleich das Pure-Rähmchen drum gestülpt, also bald, nicht sofort, sondern bald. Ja, weil es einfach ein ganz wichtiger Hebel ist, um eine Bewegung auch am Laufen zu halten oder ein Ort, wo man sich treffen kann, wo man einfach offen reden kann, wo man auf Gleichgesinnte trifft und das ist ja gerade beim, vor allem am Anfang vom Veganwerden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Menschen findet, die ähnlich ticken wie man selber, damit man sich eben nicht so doof und so allein vorkommt, sondern sieht, okay, es gibt noch ein paar andere, die so denken wie ich und die sind auch normale Leute, also es ist nichts Komisches, nichts Gruseliges, sondern ich kann einfach mitmachen. Genau. Und das eben, das haben wir dann mit Pure ausgebaut, also das ist jetzt ein ganz, ganz fixer Teil von unserem Vereinsleben, dass wir einmal im Monat in wechselnden Restaurants in Vorarlberg ein Vegantreffen organisieren und damit eben bringen wir einerseits die Bewegung zusammen, andererseits zeigen wir den Restaurants, schaut mal, es gibt ganz viele Leute, die bei euch essen würden, wenn ihr was Veganes anbietet und da kommen inzwischen auch echt 50 Leute, das ist wirklich mega cool angewachsen in den letzten Jahren vor allem, also gerade jetzt im vergangenen Jahr hat es richtig angezogen. Ja, und wir zeigen auch den VeganerInnen und auch denen, die es werden wollen, es gibt auch ganz viele, die noch nicht vegan sind, die zu diesen Treffen kommen, die sich einfach nur interessieren, denen zeigen wir, schaut überall da, könnt ihr vegan essen. Und das ist inzwischen, also gestiegen. Über die Website zum Beispiel, oder wenn man sagt, hey, wo gibt es denn überhaupt vegane Restaurants in Vorarlberg, wo kann man vegan essen, dann sagen wir, hey, schau auf Pure jetzt auf die Website einfach und im Restaurantverein, da findest du alles. Was ich aber grundsätzlich sagen muss, ist, früher, vor 10, also in der Zeit, wo wir vegan wurden und in der Zeit da, da, davor, die PionierInnen, die vegan wurden, da sind sicherlich, jetzt muss ich, ich mache ganz kurz eine Klammer auf, in meinem Sprechen. Du bist gespannt, gell? Ich mache jetzt eine Klammer auf. Ich mache die Klammer auf und gehe in die Welt des Stereotypen hinein. Hast du das erwartet? Ja, immer. Da magst du Schubladen. Ja, ich mag, der Mensch braucht, und da können ganz viele, Carsten, du und vielleicht auch andere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen mir zustimmen, Schubladen, die hat der Mensch ja nicht umsonst. Irgendwann mal, er hilft sich damit, gewisse Dinge einzusortieren. Dass Stereotypen und Schubladen grundsätzlich blöd sind und alles kann und nichts muss grundsätzlich gilt, ist ein anderes Thema. Aber jetzt gibt es halt immer noch ganz, ganz viele Menschen, die Schubladen denken, praktizieren. Und wie sieht da so ein Veganer aus? Halt wie so ein, wie man sich, wie so langhaarig, versifft, öko, dürr, unternährt, blattet. So das Klischee-Denken, oder? Irgendwie so ein Linksgrün versiffter Öko-Hippie, sag doch. Danke. Ich wollte es nicht nochmal sagen lassen. So stellt man sich so einen Veganer vor oder so eine Veganerin. Und ich fand das ganz, ganz großartig, dass man einfach, dass wenn wir da jetzt gerade beim Koch-Event letztens sagen können, schaut mal her, so können auch VeganerInnen ausschauen. Also erstmal hervorragend. Und halt so auch. Und so. Oder so. Und dass das Spektrum einfach das, du siehst es, du kannst nochmal auch irgendwie mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, ah, schau, typisch Veganer, typisch Veganer, habe ich gleich gesehen, habe ich direkt gesehen. Sondern, dass die Massentauglichkeit dahinter, das war mir persönlich immer wichtig und da kommen wir dann noch, wenn wir auf den Podcast näher eingehen, auch nochmal drauf. aber jetzt schließe ich die Klammer der Stereotypen wieder. Der Mensch braucht Gesichter, die er gut findet und wenn er die gut findet, dann begeistert er sich vielleicht auch eh in dafür gewisse Sachen, weil es ihn mehr in seiner Lebensrealität abholt als andere Dinge, die radikaler in Anführungszeichen sind. Darum haben wir einen sehr starken Hebel auf eben Lifestyle gelegt. Deswegen heißt unser Podcast ja nicht nur Pure Leben, sondern dein Lifestyle-Podcast. Ein Future-Lifestyle-Podcast. Future-Lifestyle-Podcast. Danke, Mernd. Ich freue mich ganz sehr. Alles gut. Ja, eben. Um zu zeigen, alles normal, alles cool, you can do it. Wann habt ihr den Podcast jetzt gegründet? Bei welcher Folge seid ihr? Wie seid ihr da jetzt aufgestellt? Bei welcher Nummer sind wir aktuell? Ich muss es gerade echt überlegen, weil wir haben heute drei aufgenommen auf einmal. Drei an einem Tag? Ja, wie fallert. Eh nur eine Dreiviertelstunde. Ging eh. Die letzte Folge war Folge 59. Alles klar. Danke, Bernd. Welches Thema? Der Klimakochtopf. Ah ja, das war unser Live-Podcast? Ja. Das war unser Live-Podcast? Ja, Live-Podcast. Genau, das war krass. Kochen und so. Oh, das war Next Level, du. War auf dieser richtig coolen Bühne, die aus Europaletten gebaut war, ne? 400 Europaletten. In Dornben, direkt unter den Leuten beim Umweltfestival. Es war echt cool. Es war super. Werden wir unten verlinken. Ich meine, abgesehen davon, dass natürlich jetzt sowieso alle auf euren Kanal gehen und sich das bei YouTube mal anschauen, ist eh klar. Aber die Folge solltet ihr euch auf alle Fälle angucken. Also ich fand es alleine vom Bühnenbild her einfach schon mega nachhaltig und cool aufgebaut. Aber wie ging es da los? War da sofort die Idee, Gäste einzuladen? War die Grundidee, ihr unterhaltet euch untereinander? Wie schaut das aus? Also ich meine, für jemand, der jetzt noch nicht auf dem Kanal war, wie gesagt, das wird sich jetzt ja alles ändern. Aber wie war die Grundidee? Und seid ihr euch da treu geblieben oder habt ihr was geändert, weil es für euch einfach im Nachhinein mehr Sinn macht? Ja, also die Grundidee war, von Beginn an Gäste einzuladen. Allerdings damals hießen wir noch Pure Leben in Vorarlberg, weil ein Teil davon war, Gäste einzuladen, die eben von hier sind, die hier irgendwelche coolen Sachen machen, entweder Produkte oder irgendwas organisieren oder wie auch immer. Und die wollten wir vor den Vorhang holen und eben den Leuten präsentieren. Und dass da auch eine gewisse Vernetzung passiert. Von dem Punkt sind wir ein bisschen abgekommen, weil Ja, weil es einfach der Fall ist, dass man die Menschen in jeder Lebenslage in irgendeiner Form erwischen möchte. Und Ziel ist eigentlich ja immer, dass wir nicht innerhalb einer Bubble uns bewegen, thematisch und Gästinnen-mäßig und wir uns alle hier auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind super Veganer, wir haben das ganz toll gemacht miteinander, super Glotte. Sondern, dass es Menschen erreicht, die Fleisch essen, die nicht nachhaltig leben, die am liebsten mit ihrem Zwölfzylinder 20 Liter aufs Gaspedal drücken, Verbrenner und fuck you Greta hinten auf dem Auto draufstehen haben. Die Menschen wollen wir erreichen. Ob es geklingt? I don't know, I don't know. Ich glaube, dafür bist sogar du zu woke. Dafür bin wahrscheinlich sogar ich zu woke, ja. Das kann gut sein. Aber auch thematisch sich zu öffnen und einfach viel mehr Lifestyle noch hineinzuholen, das hat sich sicherlich auch über die Zeit verändert. Es gibt brutal viele Episoden, wo es natürlich um die ganzen Themen von Pure geht. Pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch schwer, das Klima, Klimaleber, ja. Da gibt es ganz tolle Folgen mit KlimaaktivistInnen hier, die hier geschwitzt haben und nicht, weil es heiß war, sondern weil ich Boomer-Cringe-Humor praktiziert habe vom Feinsten. Hat sich auch geändert mittlerweile. Vogue. Total Vogue. Ich bin so Vogue AF. Und ja, grundsätzlich vor drei Jahren war es 21 haben wir gestartet. Ja, 21. Du hast mir gesagt, hey Bernd, wir würden einen Podcast machen, hast du Bock? Da war ich noch beim Radio, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wollten wir es einmal bei uns im Radiostudio machen, forget it. Völlig falsche, das funktioniert nicht. die Energy war nicht da. Und dann haben wir es bei mir zu Hause aufgezeichnet. Da, wo wir unsere, wo ich bei dir Gast sein durfte, in diesem Raum, haben wir dann lange Zeit aufgezeichnet, immer Freitagabends Kinder ins Bett bei mir und dann sind die GästInnen da reingeschlichen und dann haben wir da gepodcastet bis nachts um zwölf. Das war auch schön. Das war auch cool. Das war super. Vor allem haben wir da am Anfang mit Ansteckmikro und ich habe mein fettes, rotes Sprecher-Mikro immer stehen gehabt und Martin hier, unser Vereinsgründer und Technik-Guru, hat sich dann ja, ist immer weiter eskaliert, was die Technik angeht. Dann gab es irgendwann Handmikros, dann irgendwie, dann kam dieses Rodecaster, Rode dazu und, und, und. Damals noch klassisch Audio-Podcast und seit im Jahr jetzt fast, 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 streffeliger. Sind wir ja dann hier in diesen Heiligen-Podcast-Hallen in Hohenems und nehmen das Ganze auch auf Video auf, was mit zigtausend Kameras, mit mindestens. Es ist eskaliert und jedes Mal, wenn ich, jetzt komme heute wieder, dieses Helle, was mich hier anleuchtet, ist wieder eine neue Lampe, die Martin hat. Es ist Wahnsinn. Jede Woche kommt fast noch ein. Und für mich als Narzissten. Deswegen nenne ich ihn auch Smartin. Der smarte Smartin. Genau. Und für mich als Narzissten hat sich das natürlich, und dich schon auch, doch, doch, hat das natürlich schon getriggert, dass wir Kameras sind und wir uns in der Retrospektive das Ganze nochmal anschauen. Nur uns natürlich. Du schaust immer nur dich an, ich schaue immer nur mich an. Aber es macht, es ist, also nach wie vor ist es Podcast. Man muss natürlich gewisse Dinge trotzdem erklären. Die Leute, die zuhören, können gewisse Dinge nicht sehen, klar. Surprise. Also erklärt man noch ganz klassisch Podcast-like. Ein Beispiel, wie unfassbar geil die Törtchen von Renate aussehen und wie die schmecken und so. Ein Beispiel. Kann man ja leider nicht anders machen, als das ganz ausführlich zu erklären. Genau, wir schmatzen und machen da ASMR, Harper-Talk. und richtig. Und toll ist natürlich auch, bei dir ist es ja so, dass Gäste hier im Videocall sind. Das ist super. Und ich finde das jetzt bei uns auch super, weil du einfach die Emotionen der GästInnen da einfach noch viel mehr rüber bekommst. Und das, apropos Emotionen, eben der Punkt, was sich verändert hat oder woran wir arbeiten, inhaltlich im Podcast. AK ist quasi, ich mag eigentlich, ich will es nicht immer sexistisch. Es ist sexistisch, wenn ich sage, dass du einfach gut ausschaust und einfach eine gut aussehende Stimme für den Aktivismus bist. Gut aussehende Stimme. Okay. Ich will dich nicht auf die Optik stellen. Nein, gar nicht. Verstehst du das? Ja, danke. Danke, Bernd. Kommt das, also fürs Protokoll, ich reduziere Ann-Kathrin nicht auf die Optik. Schaut wie woke-ass. Schaut wie woke-ass. Ist doch wunderschön. Ich reduziere sie nicht auf ihr Äußeres. Ich ihn schon, ehrlich gesagt. Weil er ist auch einfach ein wunderschöner Mann. Muss man auch einfach mal so sagen. Jetzt ist aber gut. Und ich reduziere ihn komplett da drauf. Ich bin verheiratet, jetzt ist aber fein. Bella und ich lieben uns auch. Alles gut. So. Sie ist jedenfalls eine, das war von, ich hätte es eigentlich vorhin direkt sagen sollen, wo ich das mit der ganzen Klammer auf, Klammer zu, eigentlich, eigentlich, du hast es schon gemerkt gehabt, gell? Ich habe da um einen anderen gestammelt. Also, ich schwitze schon. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Also eigentlich wollte ich sagen, dass sie die attraktive Stimme für den Veganismus ist und mein Part in diesem Podcast ist einfach, ich bin nicht der Typ, der mit Zahlen, Fakten, Daten und diesem Recherche-Veganismus daherkommt. Martin ist, was Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten angeht, versiert. Ann-Kathrin ist eine Frontperson, die wirklich mit allem Tarnklamotten dieser Welt in die schlimmsten Gebiete dieser Welt gefahren ist und den härtesten Shit gesehen hat. Sieht man das da? Also wirklich Frontaktivismus und viele Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, wo du hier in deinem tollen Podcast hast, die kennen diese Frontaktivistinnen auch und sie ist eine von denen und ich bin diese Stimme im Podcast, die versucht, diesen Mainstream, wie man so schön das Ganze, wenn wir es so bezeichnen wollen, aber so ist es halt, reinzuholen in das Ganze, um es ganz sehr ein bisschen edgy zu machen, um es einfach in die Mitte der Gesellschaft zu holen und wenn dann Klimaaktivistinnen und Klimakleber hier schon da waren, die habe ich einfach mit derbsen Boomer-Cringe-Humor und nicht gegendert und komplett einfach es war das war fast ein bisschen zum Weinen, aber es war lustig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich selber noch lustig jetzt um die Nacht ich verändere mich ja, ich bin ein wandelndes Veränder-Dings, Bums, also ich verändere mich. Ein Wechselbalk. Ein Wechselbalk und von dem her, jetzt bin ich Woke und jetzt gendere ich mehr und Wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, ob wir dich dann so rausschmeißen müssen oder so, weil du zu Woke bist oder wieder zu, wer weiß, keine Ahnung. Ja, aber bevor wir jetzt zum nächsten Jahr kommen und dazu kommen, was ihr alles noch vorhabt, bleiben wir erst noch bei dem, was ihr aktuell gerade macht. Also eines können wir sagen, ihr seid oft beide beim Interview mit dabei und habt ein oder zwei weitere Personen. Das geht immer ein bisschen unterschiedlich aus. Jetzt stelle ich euch eine Frage, die super gemein ist. Das weiß ich. Es ist also nahezu fies, diese Frage zu stellen, aber ihr kommt da natürlich nicht drum herum, wie alle, die einen Podcast machen, die dann irgendwo halt zu Gast sind. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf euren Podcast, bevor es mit dem Video losging, also die Sachen, die bei Deezer, Amazon Play oder Amazon Music, bei Spotify überall sind und später dann, ich sage mal, das, was jetzt halt auch auf YouTube verfügbar ist, was sind eure persönlichen Highlights, welche Gäste haben euch besonders beeindruckt oder wo sagt ihr, ja, da sind einfach Gespräche entstanden, die haben so viel Informationen gehabt oder die haben so ein mega Feedback gehabt, da haben wir so viel positive Nachrichten bekommen, was sind da so Folgen, die bei euch in Erinnerung geblieben sind, das heißt, wenn jetzt jemand, der diese Folge sieht, sagt, naja, es sind ja viele Läuferinnen und Läufer mit dabei, dass jemand sagt, naja, ich habe noch einen Drei-Stunden-Lauf vor mir, mit welcher Folge sollte die Person dann vielleicht anfangen, was sind so die Folgen, die euch besonders am Herz liegen? Ich weiß, was du sagen willst. Ich lasse dich sagen jetzt erstmal. Aber ich sage dann nicht das, was du sagen willst. Schauen wir mal. Okay. Also, mir haben eigentlich bis jetzt die Folgen mit dem Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken am besten gefallen und deswegen sind es auch mehrere Folgen, weil es mir so gut gefallen hat. Wir haben da nämlich eine Reihe draus gemacht und zwar heißt die jetzt Landwirtschaftsmythen, weil da einfach ganz viele, ja, Dinge immer in den Medien auch gesagt werden oder auch auf Social Media oder einfach so in der Gesellschaft Rumrumor dass ich mir gedacht habe, da muss man einfach mal aufklären und der Georg ist einfach ein super Experte und auch ein ganz charismatischer Typ und kann da einfach wirklich sehr gut und super fundiert und trotzdem wahnsinnig sympathisch über diese Themen aufklären und ja, da machen wir es einfach so, ich bringe den Mythos und er muss ihn zerfetzen und eine sehr ähnliche Reihe machen wir jetzt mit dem Andreas Jäger, den kennen vielleicht vielleicht auch manche von euch, also der ist, nennt sich auch Klimajäger, war lange Zeit im Fernsehen und Radio auch als Wettermensch am Start und hat da auch eine ganz große Expertise und da machen wir jetzt auch so ein Mythos Debunking, eben ist CO2 jetzt böse oder gut oder vielleicht beides, ja, also das ganze Spektrum, also so Sachen mag ich einfach gerne, wenn man solche Mythen hernimmt, die ja oft so ein ganz kleines bisschen Wahrheit doch drin haben und deswegen mega logisch klingen, die dann zu zerfetzen, ich liebe das, ich liebe das, also das sind meine absoluten Lieblingsfolgen und jetzt weiß ich was. Die erste, die ich dir sage, lieber Carsten und liebe ZuschauerInnen und liebe Ann-Kathrin, die hast du nicht auf dem Plan. Nicht. Die erste ist aus der Alt-Episoden-Folgen, Staffelung quasi, ohne Video noch, mit Luke Hocht. Ja. Luke Hocht, den kennen vielleicht auch manche ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, hat mittlerweile ein eigenes Restaurant in Ulm, ist ein großartiger Mensch und ja, also mit Luke ist immer super, Luke ist einfach, macht einfach, macht ein geiles Leben, geilen Job, alles, Top-Typ. Ja, alleine Social Media Auftritt war immer schon so, dass man einfach schauen mochte, also das war. Er ist einfach so authentisch, er ist einfach, da ist nichts gespielt, der ist so, der ist einfach so, der ist genau so und das fand ich immer, das Wirtshaus, genau, Wirtshaus mit V in Ulm, ist, das ist so mega. Huch, das ist ein Mikro. Wo kommt das denn her? Überraschend. das Wirtshaus da in Ulm, mega leckere Küche, immer ausgebucht, der hat sich da einfach, der hat ein altes, auch schon damals veganes Restaurant, das Bodi hieß es, glaube ich, Bodi, ja, hat der einfach komplett selber alles abgebeizt und runtergehobelt und hat da ein mega helles, freundliches Wirtshaus gemacht mit schwäbischen Spezialitäten, aber halt vegan. So cool. Wer in Ulm mal ist, Wirtshaus, Place to be und vorher reservieren, definitiv, weil der Mann ist immer ausgebucht. Krass, 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 aber super lecker. So, das war die eine Episode aus der alten Staffelung, aus der neuen Staffelung, definitiv und du weißt, wer kommt. Grüße gehen raus an dich, lieber Chris, Chris Altair. Große Bromance zwischen den beiden. Chris Altair, ein Sportschütze aus der Schweiz oder Ex-Sportschütze hätte Olympia-Ambitionen gehabt und hat sein Leben umgekrempelt für den Aktivismus. Ist jetzt bei XR hier, Extinction Rebellion und widmet da sein ganzes Leben hinein und das ist eine Folge aus der jüngeren Vergangenheit, wo ich mit aller Härte des Boomer-Cringe-Humor ihn erwar. Das ist genau die Folge. Er war, also Er hasst dich immer noch dafür. Er hasst mich dafür, ja. Er war unser Videograf jetzt bei diesem Podcast, bei diesem Live-Podcast hat er zusätzlich nebst den 100 Kameras, die Martin aufgestellt hat, noch eine Handcam gehabt und wir haben uns da das erste Mal wieder gesehen seit der Episode. Seit der Episode. Der Schmerz hat es tief. Das habe ich schon gemerkt, dass er da immer noch traumatisiert ist. Wir hatten ihn zweimal im Podcast. Einmal in meinen Podcast-Hallen damals zu Hause noch ohne Video und dann hier. Und er hatte mich nach der ersten Podcast-Folge gefragt, wie viel Ernst und wie viel Satire jetzt in diesem Interview drin war. Bernd hat einfach Pokerfels gemacht. Es war eiskalt. Das sind diese Facetten in meinem Kopf. Ich verstehe und weil ich immer diese Haltung eingenommen habe auch im Podcast, dass ich sage, ich verstehe die AutofahrerInnen, die keinen Bock haben auf Klimakleber und die Haltung aber auch wieder eingenommen, dass ich verstehe, warum er das macht oder auch eine Folge mit einer Mina Karnaval. Hier in Vorarlberg super verhasste Person. Dabei ist so eine coole Maus einfach, so eine coole Frau. Mina ist ein spezielles Kapitel mit Sicherheit. Ich habe mit Mina nur hier immer zu tun. Auch liebe Grüße an dich und ich freue mich immer, wenn wir uns dann mal wieder sehen, Mina. Mina ist definitiv ein spezieller Mensch. Aber das ist immer, wenn man radikal für etwas einsteht und einfach da keinerlei links und rechts mehr, das ist dann immer etwas spezieller, würde ich sagen. Aber es braucht immer die Radikalen, sonst geht nichts voran. Das ist auch wieder der Fall. Es können nicht alle so in der Mitte umeinander schwimmen wie ich, sonst passiert ja nichts. Es braucht beide Kräfte immer zusammen. Aber das heißt, man kann schon sagen, ich sage mal in dem Podcast, es ist Ironie mit drin, es ist Spaß mit drin, es wird gelacht, also es ist jetzt nicht viel gelacht. Oh ja. Also das jetzt gerade, wenn jemand von euch, die das jetzt sehen oder hören, denken, mein Gott, können die nicht einfach mal zum Punkt kommen. Nein, wir blöden leider immer, es tut uns echt leid. Es ist so schlimm, wir weichen so oft vom Skript, wir haben auch immer so ein Skript und tralala und alles toll, unsere liebe Karin, die das im Hintergrund hier immer vorbereitet so Skripte und dann, wir machen schon viel auf Skript, aber weichen dann doch ab und dann, wir reden halt einfach brutal an Katrin, das ist halt so. Kann man nicht machen. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind die Top-Folgen definitiv oder jetzt und dann muss man einen Schlusspunkt, den ich da setze zu diesem Was sind die Top-Favorites, dass diese Folgen mit Mina Karnaval und Chris Altair sind, die tun weh auf eine gewisse Art und dann gibt es die letzte Folge, wo ich mit dabei war mit Nadine Dunstender, in der ich Vogue AF war. Ja, also da ging es um Thema Feminismus, Frauenrollen, Männerrollen, solche Sachen. Ja, also schon ein sehr, sehr breit gefächerter Podcast, das muss man ganz klar sagen. Jetzt habt ihr es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, also ihr seid natürlich die, die man sieht, zu Recht, ihr seid auch die Stimmen, ihr seid die, die man hört, aber es gibt noch Menschen im Hintergrund, die wir jetzt aber einfach mal in den Vordergrund stellen, also erzählt doch einfach mal, wer unterstützt euch oder wer ist mit dabei, damit ihr das machen könnt, was ihr so gut und herzlich macht. Also Martin ist auch sehr oft zu sehen, by the way, oder auch Karin ist sehr oft zu sehen, weil ich ja die Diva, da kann man schon so, ich würde es selber so nennen, wenn ich es für Leute so, ich bin die Diva des Podcasts, ich bin hier der Showmaster, ich komme hier immer, ich komme hier quasi mit meinem fetten Mercedes angefahren, werde da gebucht, setze mich hin, so, Maske, schminkt mich, können wir anfangen, danke, tschüss, tschau, ohne mich, ich bereite mich da ein bisschen vor, ein bisschen bereite ich mich vor, aber ansonsten bin ich so die Diva, die da einfach nur reinkommt und setzt und so können wir anfangen, also ich bin jetzt da, so ungefähr. Aber da muss man dazu sagen, du hast halt auch im Gegensatz zu uns links-konversiften Öko-Hippies einen normalen Job und eine Familie, die du ernähren solltest, als Familienvater, um das Wort nochmal herzunehmen, das haben wir nämlich im Podcast mit der Nadine besprochen, warum sagt man Familienvater aber nicht Familienmutter, hä, okay, kurze Klammer, kann ich auch, genau, und das haben wir halt nicht, also Martin hat ja auch seinen Job gekündigt, um jetzt hier Vollzeit Pure und sein eigenes Medienlabel noch aufzubauen und ich auch, alles weggeschmissen, jetzt nur noch hier, also wir können es uns halt einteilen, weißt, wir haben keine Kinder, kein Haus, doch ist Martin in den Haus, weißt, was ist man? Das sind sicherlich Gründe, warum gewisse Dinge, Umstände anders sind bei euch wie bei mir, ich schätze und genieße es, dass ich trotzdem immer wieder auch mal mitmachen darf, diese Folge, die ihr jetzt vorher aufgezeichnet habt mit Andreas Eger, da ist dann Martin und du, oder nur du? Nein, da schauen wir beide. Martin ist auch dabei, genau, also da gibt es ganz, ganz viele tolle Folgen, wo ich da nicht rumfrosche, ich mache dann immer nur das Intro, Martin schickt mir kurz ein Signal, schreibt, du, ich bräuchte eine Intro-Stimme kurz für heute mit und dann spreche ich ihm das kurz ein und schickt ihm das, also das funktioniert auch immer super, also alles super Folgen oder Karin eben. Jetzt habt ihr ja davon gesprochen, dass ihr ein Verein seid, mit wie vielen Menschen seid ihr da zusammen? Ja, wir sind noch ein recht kleines Team, also das am besten funktionierende Team bei uns im Verein ist jetzt eh der Podcast-Team, weil da sind wir eben Smarty noch, Karin noch, Tanita noch, die für uns auch viel schneidet und sicher auch mal im Podcast zu sehen sein wird und dann die anderen Dinge, die wir so als Pure machen, eben die Vegan-Treffen, die Events, die wir machen wollen, Webseite, Grafiken, wir gehen an Schulen und machen da Programme, das sind eigentlich Dinge, die dann hauptsächlich Martin und ich machen und wo einfach gerade, also bei den Events helfen dann immer wieder mal Freiwillige aus, aber das wechselt noch recht, aber ich denke, wenn wir da mal irgendwie uns um Förderungen zum Beispiel kümmern und dann mal ein bisschen konkreter Leute auch fixieren können bei uns, dann wird sich das auch, wird das auch noch sich ein bisschen wandeln. Generell, wenn man euch jetzt unterstützen möchte, also wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, naja, aber das ist doch eine mega gute Idee, die das Team da hat, Verein klingt ja erst mal so, als wenn das offen wäre, auch für Menschen, die da interessiert sind. Wen sucht ihr da, wen könnt ihr bei euch im Team noch gebrauchen? Ja, absolut offen, ja, also wir freuen uns mega, wenn wer mitmachen will, eben Menschen, die Videoschnitt beherrschen, die sich grafisch auskennen, die texten können, texten wäre ganz, ganz toll, Menschen, die sich gerne um Förderungen und solche Dinge kümmern, also die, die sowas mögen wie, okay, ich mache hier Internetrecherche, was braucht, es passt, ich stelle einen Text zusammen, schicke das ab, das wäre mega, mega hilfreich, Menschen, die super organisatorisch drauf sind und uns bei Events unterstützen könnten, das wäre mega, also, ja, wir haben da eine riesen Bandbreite, oder, oh Gott, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, wir haben auch ein Projekt, das nennt sich Eat Pure, da wollen wir die Gastronomie und Hotellerie unterstützen, eben mehr Veganes anzubieten, wie man das am besten macht, da gibt es ein ganzes Konzept dahinter, also auch da, wer sich in der Gastronomie auskennt oder in der Hotellerie mega gerne bei uns melden, wäre super, wäre super gefragt und das ist jetzt auch gerade ein Ding, was hier voll, voll anzieht, also da wären wir sogar mega dankbar, wenn da jemand mitmachen würde. Generell, was habt ihr noch so geplant, also gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft, ich weiß, es wird weiter Live-Events geben, da sind auch schon, ich sage mal, die ersten Pfeile wieder im Köcher, erzählt doch mal, haut alles raus, was in naher Zukunft geplant ist und wo man euch erleben kann. Sprich, Anka. Nein, ich wollte dich gerade, ich habe mich nur nach vorne gelehnt, ich wollte dir, den roten Teppich ebnen, sprich, edle Dame, sprich. Alright, edler Ritter. Ist das schon die richtige Antwort darauf, ne? Ja. Weiß ich nicht. Das sind halt wieder veraltig schlechte Rollenbilder mit Ritter und Lady. Egal. Egal. Filmreihe zum Beispiel ist was recht Aktuelles, also wir machen mit Extinction Rebellion zusammen beim Spielboden-Kino in Dornbirn eine Filmreihe, in der wir Filme zeigen, die mit Klima, mit Umwelt, mit Tierruts, mit Ernährung zu tun haben. Versuchen da möglichst positive Filme auch zu finden, um zu zeigen, hier, das sind die Lösungen, lasst uns die bitte einfach machen. Das ist ein Ding. Dann eben das Eat Pure, wie gesagt, Hotellerie, Gastronomie, ein bisschen pushen. Dann, wir gehen an Schulen, versuchen da aufzuklären. Wir wollen in Zukunft auch unbedingt mit Eat Pure zu Firmen gehen und da Kantinen auch beraten, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Hebel, dass Firmen nachhaltiger werden können und dass Menschen in ihrem Alltag auch die Möglichkeit haben, vegan zu essen, weil das eben leider oft durch Kantinen sehr erschwert wird. Da gibt es halt einfach Fleisch, Fleisch, Fleisch und fertig. Helfen wir kurz? Ich muss kurz nochmal überlegen. Wie kann man uns denn live erleben? Live kann man uns im Juli erleben, weil wir ja jedes Jahr auch immer ganz tolles Grilling without Killing machen. Oh yeah. Das ist megamäßig. Das hat immer seinen Platz in Lochau am Bodensee. Lochau ist der direkt an der Grenze zu Bayern. Also wirklich da einmal kann man über die Brücke drüber Bayern, zack, Lochau, Bayern, hin und her. Und ist eine wunderschöne, große Wiese direkt am Seeufer. Also nebendran eine alte Fähre, wo man Essen trinken kann. Mittlerweile ein Spielplatz ist da und ein Trimdich-Pfad und eine tolle Laufstrecke und sowieso und überhaupt. Und da hat es dann irgendwann angefangen, das sind auch solche Dinge, die Martin, Ann-Kathrin da gestartet haben, dass man da einfach zusammenkommt, man grillt und hat so ein veganes Potluck quasi auch. Jeder bringt was mit, und man tauscht sich aus und es kommen Leute zusammen und jetzt ist es immer größer und bunter geworden, weil natürlich irgendwie ein Aufsteller dasteht mit Infomaterial. Eine Beachflag ist da, verschiedene Flaggen hängen zwischen den Bäumen. Also wenn man von Weitem hinkommt, dann sieht man schon, da ist was los und dann sitzen wir linksgrünversifften Ökonasen da rum und grillen da Tofu-Tiere, Seitan, Würste und all den Ganzen. Und Gemüse. Und Gemüse natürlich. Ja, selbstverständlich gibt es auch Gemüse und was Gescheites zum Trinken gibt es auch. Ja. Ja, super. Und wir sind multikulinarisch, multikulturell, in jeder Hinsicht aktuell. Wer kennt's? Bam! Kurz mal in die Sterne geschickt. Ja, also das wird auf alle Fälle eine Mega-Veranstaltung. Das sehe ich schon. So, zack. Also zurück zum Protokoll. Ja, Thrilling Without Killing. 21. Juli. Ja. Und gleichzeitig, davor, machen wir da ein Sportprogramm. Das haben wir nämlich auch ganz neu gestartet. Ganz neues Projekt. Mit Marc Dittmann, dem veganen Coach. Machen wir jetzt ein super cooles Programm, wo wir einmal im Monat die Leidels ein bisschen zum Training bringen. Marc Dittmann, auch ein... Mega cooler Lut auch. Aus Stuttgart ist er ursprünglich, oder? Nee, 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 nee. Warte, oh Gott. Wir sind da jetzt in die falsche Ecke tun. Nee, nee, das bin ich. Ja. Aber der ist auch aus der Nähe. Also jedenfalls, Marc Dittmann, Landsmann wiederum quasi. Ja, wir bleiben da. Wir bleiben da. Wir bleiben da unter. Die Deutschen. Genau. Super, nicer Guy. Brutales Viech, gestählert. Ja. Wie Beispiele, Marc, Patrick Bobimian, natürlich der... Babumian. Babumian, Babimian, Bim-Bam-Bumbian. Großartiger Typ, der, ja, bewiesen hat, auch Muslim-Männer können vegan essen. und Marc Dittmann ist auch aus dieser Ecke nur noch gestähleter. Also der ist so mehr so ganz körperlich gestählert. Nicht nur Viech, sondern auch so. Wie der Bromance. Six-Pack-Shit. Ja. Voll der krasse Typ. Ja, und der ist jetzt hier auch in diesem kleinen... Ist auch in unserem Heaven angekommen. Genau. Genau. Und mit dem machen wir das Pure Sports. Ja. Das heißt, es gibt Training für alle Levels. Einsteiger, Erfahrene, Fortgeschrittene. Crossfit einfach an so einem Calisthenetics. Calisthenics. Calisthenics. Danke. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Schau, weird. Wer das nicht kennt, das sind diese Stangen. Verschieden hoch und Kletter und tralala. Keine Kinder Spielplatzstangen, sondern so richtiges Zeug. Und da machen wir dann zusammen Workout. und dann geht es danach noch Laufen. Genau. Fünf Kilometer, wenn man es schafft. Jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt habt ihr das Datum ja schon genannt, wann es im Juli ist. Wenn jetzt Menschen, ich sage mal, in der Region vielleicht gerade im Urlaub sind oder sagen, na, ich plane da noch ein bisschen was, ich möchte da gerne hinkommen. Muss man sich da anmelden? Kann man einfach so mit dazukommen? Bringt man seine eigene Würstel halt mit und sagt, okay, die packe ich denn da jetzt auf den Grill drauf oder wie? Wie habt ihr das geplant? Gerne anmelden, ja, über unsere Webseite pure.jetzt slash Event. Genau, oder auch so. Ich werde verlinken. Genau, super, top, liebe Show Notes, so nice. Show Notes. So top. Und ja, gerne was mitbringen. Ihr könnt essen, was ihr mitgebracht habt für euch. Ihr könnt es aber auch für alle anderen öffnen. Die Idee ist eben ein Potluck, wie der Bernd schon gesagt hat, dass man alles teilen kann, aber nicht muss. Und Zusatzpunkt noch, wir versuchen so Zero Waste wie möglich zu sein. Ja, bei veganen Ersatzprodukten wird das schwierig, I know, aber bei ganz vielen anderen Sachen lässt sich das schon ganz gut durchsetzen. Genau. Habe ich noch was vergessen? An aktuell anstehenden Terminen wüsste ich nicht. Danke, Katrin. Sicher noch was. Wir haben so viel am Start, da ist sicher noch was. Ja gut, aber ich meine, man könnte jetzt ja theoretisch sich vielleicht auch mit euch irgendwie verknüpfen über die Webseite. Seid ihr auf Social Media vertreten? Na bitte, bitte, selbstverständlich. Instagram, Facebook. Für alle Generationen. Nur TikTok kann man noch nicht, aber wir überlegen. Wir haben schon inzwischen recht viele Reels, die kann man einfach mehrfach verwenden. Das ist das Personalproblem. Das ist mir egal. Das muss man sagen, das muss man machen, das muss man pflegen, das muss man hochstellen. Das ist immer das Einste. Ich sage, wir brauchen eine Social Media Person. Wie sieht es aus, meine Lieben? Ja. Du hast dabei. So. Wie ist das? Genau. Aber all diese Links packen wir natürlich auch in die Shownotes. Dafür haben wir sie. Hände das neue Herzschluss. Ich bin oldschool. Ich mache so einen Herd. Ja, ja. Ich bin auch noch hier Team Alt. Das ist wahrscheinlich, wenn die Finger eh schon so krumm sind. Also meinetwegen noch diese Nummer hier. Aber dann gab es ja auch noch die, keine Ahnung. Das ist einfach nur das, das ist das Herz. Nur die oberen zwei Fingerchen. Genau hier, Bagare. Ja, genau. Das ist die kleinste Geige der Welt. Wie war die, so war die, keine Ahnung. Schon so, gell? Oui, oui, oui. Ja, okay. Ja, dann Kasten. Ist sie da? Nee, gut. Ja, gut. Also wir könnten, also und, das sollte man an dieser Stelle vielleicht sagen, es könnte eventuell sein, dass wir dann, wenn ihr zu diesem wunderbaren Event kommt, wir vielleicht, eventuell, vielleicht, ja auch zusammen essen, gemeinsam quasi an einem Tisch sitzen können, Ja, Tisch gibt's schon mal nicht, aber ich. Okay. Also, auf der Wiese sitzen oder auf der Picknickdecke. Genau. Bring Picknickdecken mit und für für den älteren Herrn, der gerade Rückenschmerzen hat, der über 50 ist, werden wir noch irgendwie was finden. Und im Zweifel. Ich hätte ihm gerade mal Anfang 40 gegeben. Ja, aber Maximum. Veganer Ernährung. Ganz ehrlich, wieso macht man das nicht? Shampoo auf sich. Guck, guck. Das ist die Frage. Genau. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und da muss man halt einfach mal hinschauen. Also, wir essen zusammen, Karsten, oder? Genau. Karsten ist vorbei. Karsten ist der Plan. Aber sowas von. Oh, yes. Wehe, jemand wird krank. Wahrscheinlich bin es ich wieder. Na, bitte nicht. Bitte nicht. Sag's was auch nicht. Es wird mit dem Wetter um dich alles gut gehen. Das ist immer das größte Wetter. Ja. Ja. Aber wir sehen uns. Yes. Ja. Auf alle Fälle. Wir haben da noch einiges vor. Ja, genau. Was ihr noch so vorhabt, habt ihr gerade schon gesagt. Und wir haben darauf hingewiesen, es gibt eine Homepage, es gibt eine Webseite, es gibt Social-Media-Kanäle, wo ihr jetzt auf alle Fälle mal reinschaut. Ihr habt und euch verknüpft. Wichtig ist, direkt verknüpfen. Liken, kommentieren, verknüpfen. Wichtig. Und es gibt einen wunderbaren Podcast. Bei Spotify weiß ich, da kann man auch direkt ein paar Sterne vergeben. Bei YouTube kann man nette Kommentare vergeben. Man kann das Ganze auch liken. Man kann es teilen. So wie zum Beispiel auch diese Folge. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Gefühl habt, na ja, von dem Podcast in Österreich habe ich ja noch gar nichts gehört. aber finde ich gut. Dann könnte es natürlich sein, dass andere Menschen da auch noch nichts von gehört haben. Und da könnte es helfen, wenn ihr jetzt auf Teilen drückt, es trotzdem aber auch noch nett kommentiert und noch ein Like da lasst. Also die Kombi ist eigentlich mir immer das Liebste, weil wir steuern jetzt einfach auch mal den Algorithmus dadurch ein bisschen. Das müssen wir halt einfach ganz einfach sagen. Der Algorithmus mag das und der möchte gebauchpinselt werden. Und abgesehen davon, ihr habt es gerade erfahren, wir machen das unentgeltlich. Wir möchten auch ein bisschen bauchgepinselt werden. Nur ein bisschen, bitte. Ein bisschen. Weil es aber schon halt auch gut tut. Was sind so eure schönsten Reaktionen? Weil wir haben so oft auch hier Themen, die ein bisschen traurig sind halt auch oder ernst sind. Dieser Podcast war jetzt halt einfach mal so lustig, das Gespräch mit euch. Das war so schön. Also ich habe euch ja beide schon so ins Herz geschlossen. inklusive Taube. Also das muss man ja so sagen. Lass uns das Ganze mit etwas Positivem auch beenden. Was sind so die schönsten Reaktionen, die ihr jetzt für eure Arbeit, die ihr da macht, bekommen habt? Karin zum Beispiel. Wir haben eins der allerersten Events, das wir gemacht haben, wo wir über vegane Ernährung, veganes Leben erzählt haben. Da war die Karin im Publikum. Und die fand es so cool, dass sie ihren eigenen Blog gegründet hat, wo dann der Smartin sie wiedergefunden hat und zack bei uns ins Boot geholt hat. Das war ein mega Kompliment. Ich kann nur sagen, Verknüpfung generell das Schönste und das Wichtigste und ihr leistet da so einen wertvollen Beitrag zu. Es muss sich jemand, der heute vegan lebt, nicht mehr alleine fühlen. Und ich weiß, dass das vor ein paar Jahren noch anders war. Ja. Dass sich so mancher von uns echt auf vielen Veranstaltungen bis hin zu Stadtfesten, ich sage mal, sehr alleine gefühlt hat, weil es nirgendwo was Veganes gab, weil nichts gekennzeichnet war und weil die Leute einen noch ganz komisch angeguckt haben, wenn es denn dann hieß, ja, ich hätte gern was Veganes. Also von daher, ja, das muss heute nicht mehr sein. Lasst uns wirklich miteinander verknüpfen. Da schließe ich noch an, dass das Schöne, Positive für mich persönlich hier die Gemeinschaft bei uns innerhalb von Pure ist und einfach die Möglichkeiten, die wir hier haben und die wir ausschöpfen und das ist alles nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit und ja, die Wertschätzung untereinander da ist und das einfach ein tolles Projekt ist und wir hoffentlich noch ganz, ganz viele Menschen damit erreichen können und vor allem außerhalb der Bubble erreichen können. Das ist Ziel der Übung und dass da ganz viele Menschen einfach genau das so auch auch so sehen, wie du das jetzt gerade skizziert hast, Carsten, dass man eben nicht alleine ist und überall sitzt man verteilt drin und man sieht es ihnen allen nicht an. Ja, wir haben kein Namensschild oben drauf, so ein Post-it, ich bin vegan, sprich mich an, sondern wir sind überall und einfach auch trotzdem so ansprechen. Also, ich freue mich. Jederzeit, wenn es nicht ist. Wenn es nicht ist. Sonst gibt es die Frösse. Spaß. An dieser Stelle müssen wir jetzt auch raus aus dem Podcast. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken, aber bevor ich das jetzt mache, an Katrin, Respekt. Ich glaube jetzt eine Stunde dreißig. Leute, macht das mal. Mit Gewicht, mit Zappel, Philipp. Der wiegt ja nichts, aber ja, man merkt es schon, die Muckis kommen. Das ist kein Fett, das ist Mucki. Einseitige Bizeps. Ja, aber du hast, glaube ich, zwischendurch nicht einmal gewechselt, also von daher. Doch, ich glaube einmal schon. Ach so, okay, alles klar. Es muss ja beidseitig, es darf ja nicht, es wird ja sonst hässlich. Ja, Es geht nur darum. Ja, also nochmal, ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war mir wirklich eine riesige Freude, euch zu sehen. Es ist so schön, so witzig und es ist so schön, halt auch mal so ein lockeres Thema zu haben und von daher, ich freue mich drauf. Ann-Kathrin, du hast es jetzt einmal erlebt, du wirst da noch bitte ein zweites Mal durch müssen, weil auch das andere Projekt mich wahnsinnig leid, sehr, sehr interessiert. Lass uns auf alle Fälle einen Termin machen. Ja, wie gesagt, danke für die Zeit und danke für die großartige Arbeit, die ihr macht, denn da steckt so viel, so viel Herzensblut mit drin und da steckt so eine Initiative mit drin und herzlichen Dank auch für die Menschen, die jetzt im Hintergrund sind bei euch, weil die werden so schnell vergessen und ich weiß das, also wenn ich meine Hanna nicht hätte, also genau, Martin, komm einmal rum. Komm rüber, Martin. Lass mal dich da mal. Genau. Ja, uh, er hatte gerade eine, eine, eine OP. Genau, da ist er. Ein bisschen ein Handterbäckchen. Komm runter, ja. Komm doch mal runter. Genau. Wer wäre nämlich sonst auch noch mit dabei gewesen, aber hat jetzt wirklich gerade eine, eine Kieferung gehabt. Ja, eine OP. Und von daher, ja. Der Brüro-Gründervater. Gründervater. Und du warst im Hintergrund, haben die beiden es ordentlich gemacht oder möchtest du noch was ergänzen? Haben wir es ordentlich gemacht? Ja, ich glaube, sie haben es super gemacht. Also ich habe nebenbei etwas zugehört, habe ich hinten noch gearbeitet, hinter dieser Wand. Schnittblatt. Vom letzten Podcast schon Material eingespielt. Und in der letzten Episode heute. Martin. Mhm. Wie gesagt. Alles klar. Tipptopp. Herzlichen Dank euch und weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass auch über den Aufruf vielleicht noch die eine oder andere Person mit dazukommt, die euch unterstützen mag, dass ganz viele Menschen zum Grillfest kommen und dass jetzt ganz, ganz viele Leute sich erstmal mit euch verknüpfen. Und wie gesagt, für mich ist es immer schon eine Riesenfreude, wenn ich sehe, dass aus Österreich, aus Deutschland gemeinsam Menschen an diesem Projekt arbeiten. Das alleine finde ich schon einfach wundervoll und großartig. Und von daher wünsche ich euch, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir. Danke auch für deine Arbeit. Mega, 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 mega. Großes Danke zurück. Auf weitere 182 Folgen. Mindestens. Deines tollen Podcasts. Mindestens, genau. Dankeschön. Und wir freuen uns auf dich. Ja, so viel können wir schon mal spoilern. Auch da ist etwas geplant. Wir werden dann Gegenbesuch machen und ich überlege aber dann auch wirklich bei euch mit dem Studio zu sein, weil ich habe jetzt den Kuchen gesehen und von daher, werde ich mich dann wahrscheinlich dann doch mal auf den Weg machen. Unbedingt. Aber auch euch ganz recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch die Folge genauso gefallen hat, wie es mir gefallen hat. Verknüpft euch, schaut euch die Folgen an, die alle schon abgedreht sind. Also es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr informativ, sind tolle Sachen mit dabei und ich glaube, ihr seid da wirklich super aufgehoben, abgesehen davon. Und das ist halt auch der große Vorteil, machen die das direkt so professionell, dass sie es halt, was viele sich bei meinem Podcast oder bei unserem Podcast hier wünschen, sie haben es auch bei Spotify auf die Ohren, wenn ihr laufen gehen wollt. Also da kriegt ihr direkt die volle Dröhnung und das volle Programm. Und dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es nächste Woche Sonntag um 8 wieder heißt. Ganz normal vegan. Der vegane Podcast hier bei YouTube, der vegane Talk. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Wir sind raus. Bis bald. Ciao.